Hey Leute, ich bin's wieder, euer Morat und heute spielen wir Minecraft. Aber nicht nur mal Minecraft, weil... Ja, wir spielen auf dem Server. Und... Ja... Aber wir spielen nicht nur mal. Ähm... LOL! Was zum Fisch? Ist hier denn passiert? Wie geil ist das hier denn geworden? Wenn das geht nicht... Das ist nicht gut. Nein, das geht nicht. Aber egal. Erstmal sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, ich muss mich kurz einloggen. Achja, und es hat... Es hat hier jetzt in sich... Es sieht hier saugeil aus. Muss ich schon sagen. Ja... Also, was wir heute machen wollten, ist auf dem Server aus Survival Games spielen. Weil ich kann nicht in den anderen Servers... Spielen! Also, ich kann zwar... Ich kann auch... Wundert euch nicht, warum jeder den gleichen Skin hat. Weil es nur ein Lack ist bei mir. Aber egal. Also, erste Game... What? Du hast... Du hast... Wip gewonnen bekommen. Wip-Items in jedem Spiel. Viel Glück oder sowas. Stand da. Ja... Okay Leute... Sorry... Aber GG. Ich habe es einfach mal so bekommen. Ähm... Ja... Also... Was ich jetzt machen wollte... Ich habe die ganze Zeit das jetzt nicht gesagt. Also... Wundert euch nicht, warum das GH da steht. Das... Ist sowas wie... Das ist... Das ist die Abkürzung für Ghost Mode. Und ja... Und damit werden wir heute spielen... Ähm... Das hat so welche Cheats... Also... Ähm... Hier... Speedmine... Goodmode... Creative... Easy Zoom... Flying... Fly... Only Day... Fast... Regeneration... Äh... PvP Regeneration... Notback... Tab Spammer... Jetpack... Nofall... Click... TNT... Speedhack... 64 Item Drop... Inventarscreen... Auto... Auto... Armor... Brink... Nest... Oder sowas... Ich weiß es nicht. Ich kann nicht alles lesen, weil er es auf Englisch ist. Ja... Das ist sehr, sehr cool. Falls ihr wissen wollt, wie ich das... Hier auf dem Handy bekommen habe... Dann könnt ihr mir das... In die Beschreibung... Also... Was sag ich da... In die Beschreibung... Äh... In... Äh... Die Kommentare schreiben... Und... Seit wann gibt es einen Zaubertisch? Lol... Richtig lol... Ich hatte noch eine Aufgabe... Äh... Aufnahme letztes Mal gemacht... Also gestern meine ich mir letztes Mal... Aber... Ich habe auch so 15 Minuten und 30 gemacht... Dann konnte er es nicht hochladen... Ja... Also... Ich habe mir... Ich habe jetzt überlegt ein bisschen... Und habe mir gedacht... Wann... Wann ich meine Videos machen werde... Also... Montag mache ich Video... Freitags... Und... Sonntags... Weil heute ja Montag ist... Habe ich ja heute ein Video gemacht... Hacking ist nicht auf... LBS... Geh erlaubt... Bitte deaktivieren Mods... Bevor du... Spielst... Oh... Mein Gott... Aber... Ne... Das mache ich nicht... Eins... Läu... 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 Also... Jetzt... Jetzt... Gehen wir weg... Den... Die... Ich... Die... Diamond... Az... Und... Wollen den da oben... Kennen! warum habe ich das auf englisch angestellt frage ich mich gerade aber ja ja es ist vielleicht sind hier noch ein paar hacker drin aber weil in live wo sind sehr sehr viele hacker drin ich bleibe mal hier in der ecke okay wir bleiben hier einfach die ganze zeit und ja jetzt gehen wir direkt in die mitte und greifen ihn an sorry leute dass ich nicht rede weil ich bin gerade konzentriert und da kann ich nicht so viel reden vielleicht kennt ihr das ja ich komme nicht auf diese teile drauf und die sind so schnell komischer komischer kann ich speed hack machen macht jetzt nicht weil oh mein gott ha nicht bei mir mein fräulein ich bin auch ein hacker und er sieht mich natürlich nicht ja ich bin auch ein hacker schon mal was von murat gehört er sieht mich nicht voll spaß anu ich bin auch creative du vollidiot du kannst mich nicht schlagen ja schlagen kann ja doch nur das warte das geht so schwer der hat instant okay leute irgendwas ist hier komisch durch das mal an ich weiß noch nicht was es ist aber das einfach aussieht wir wollen hier flying flyern nehmen wir hier ausmacht aus was soll ich ein machen ich weiß nicht in sekel in sekel aber es funktioniert halt nicht immer kein kreative kein kreative kein kreative flying fly dann kann ich aber glaube ich kann was ist das was ist das ok leute wir sehen uns einfach gleich ok und schnitt ok leute es geht los echt jetzt ok leute wir sehen uns einfach gleich wieder wenn das spiel beginnt ähm gratis der server hat der server sich neu gestartet ok leute go dieses mal bin ich gut frei ok leute moment ich weiß kann man doch nicht so dumm sein ok leute ok leute ok leute und jetzt kurz hier hin und auf kreative und von kreative nehme ich jetzt im bogen das auch so zu schießen dann habe ich meine items wo gibt es denn hier auch noch drin eigentlich sollten ich will eigentlich gar nicht dass sie mich bemerken weil ich habe es gerade gemerkt da waren 3 2 1 und dann bin ich geflogen also 5 4 3 2 1 dann bin ich geflogen und dann wurde ich gekickt hi noob du sollst nie Murat vertrauen hier eigentlich jetzt hier im game schicke soll eigentlich schicke daher loll achso ich weiß was das problem ist hier an 5 6 She's in Chapman. Ja Leute, ihr seht, Shiki räumt auf, lalalala, ich bin der King on the Döner, weil ich fliegen kann, Leute, seht ihr das, what the fish, hey, nein, hau ab, ha, ich bin am Gewinn, Leute, könnt ihr die Sachen, ja, ich bin auch vor Freighter, normal, ne, kann ich jetzt mal was essen, ne, leider nicht, Leute, leider nicht, vielleicht, wenn ich jetzt auch überlegen, geht, vielleicht finde ich hier irgendwas zum essen, wäre natürlich nice, aber das muss weiter passieren sein, ok, es gibt's nix zum essen, also im creative gehen, wow, schießen, ok, Leute, guck mal hier, wir können hier einfach überall hinfliegen, aber seit wann gibt es bitte schön das, naja, seit dem neuesten Update, ja, ich weiß, ich weiß, Leute, ich weiß, ich weiß, ich weiß, jetzt geh ich mal hier hin, Ghost Mode, creative aus und guck hier in die Thronen, ja, da ist was, echt jetzt, jetzt sind die Thronen aufgefüllt, lol, 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 ok, dann gehen wir, natürlich ist mein Schwert jetzt weg, aber jetzt gehen wir kurz in den creative und fliegen zurück in die Mitte, ich hoffe gar keiner ist in der Mitte, yo, nice, jetzt gehen wir auf überlegen, Leute, das ist einfach so ein Hack, ja, das ist schon was, gut ist drin hier, wir essen, Kuchen kann man, glaube ich, gar nicht essen, im Server, sollte man wissen, nee, nee, ist weg, und, wie sind denn hier aus, ja, ist kurz weggelegt, ok, jetzt sind hier auch eine stärkere Waffe drin, erst dann kann ich mich mehr ausrüsten, äh, Eisen ist natürlich besser, könnte mir theoretischerweise auch ein Eisenschwert machen, aber nein, kam mir gerade jemand, oh mein Gott, ich bin gerade so aufgehetzt, ok, mein Inventar ist voll, nein, Essen, das brauche ich, oh mein Gott, Leute, wir sehen uns gleich, ok, Leute, tut mir leid, aber, ähm, ich hab, äh, also Minecraft, äh, also ich hab zwar gewonnen, aber ich wurde irgendwie rausgekickt, da stand dann, äh, Shiki hat gewonnen und sowas, aber ja, das war für die heutige Folge, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, ciao, Leute! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!